jo kanal herzlich willkommen auf dem kanal lp al dente und das ist eine neue folge vom kundprojekt und pvp und ich gehe auch gleich auf den server drauf logging in und snap okay wir haben heute 15 minuten spielzeit das ist korrekt wir leben auch noch wir können sich bewegen es ist keiner so auf dem server und die leute fragen sich sicher wo ist mark wo ist mein teampartner das problem ist mark gammelt gerade irgendwo in amerika oder sonst wo rum das heißt er kann nicht spielen das heißt wiederum dass ich die nächsten folgen jetzt erstmal alleine aufnehmen muss und ich sehe gerade hier war keiner in unserer nähe das heißt das getreide ist nicht gewachsen ich sag ganz oft das heißt wir haben neun diamanten ganz viel koppel so eine diamantspitzhacke über ein stack eisen genau einmal ein eisen mehr als ein stack und jetzt ist die frage was machen wir ich eigentlich dafür dass wir er hat ihm nicht zugemacht ok aussieht ich gehe wieder rein irgendwas und ich sehe gerade ich habe gerade ich habe gar keinen minecraft sound warum habe ich keinen sound weil der aus ist so jetzt haben wir sound und ich wäre dafür dass wir eigentlich unser ganzes hab und gut hier packen und damit abhauen irgendwo hin aber das problem ist da es mag dann hier aber ich will ungern hier bleiben ist das problem ich könnte jetzt warten bis bis tag ist haben wir wolle dann würde ich nämlich pennen weil wir sind die einzigen auf dem server dass einfach die nacht vorüber ist aber wir haben nicht mal wolle das ist sehr schade gut dann würde ich sagen ich gehe jetzt erst mal schnell strip meinen nach unten und dann gucken wir mal dass wir da noch irgendwas auf die reihe kriegen hier liegen schilder ich habe gerade zurzeit überhaupt keinen überblick was jetzt bei den anderen teams los ist weil ich gucke nicht so die folgen von denen und habe auch zurzeit ein bisschen was zu tun und darum habe ich jetzt in letzter zeit auch überhaupt nichts aufgenommen five nights at reddys wird wieder kommen das spiel von warum mag das hier hier waren wir schon mal ist aber da geht es dann zu dings und 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 wo geht es hier lang höhle und tschüss ich trau mich alleine nicht lang und setz den block weil wenn ich jetzt verrecke dann habe ich ein problem weil mark dann nicht mal meine sachen holen kann die sind dann weg das wird ziemlich schade so hier geht es in die schlucht da würde ich sagen ich führe einfach unser strip mining gang hier oben weiter und guck vielleicht kriege ich ja noch ein paar gute sachen so ich bin jetzt einfach mal lang damit das nicht zu langweilig ist dem wir haben nicht so viel zeit ich habe eigentlich gedacht dass ich heute eine längere folge rausholen kann falls ich 30 minuten zeit habe was ja nicht der fall ist aber hier geht es weiter ich versuche das beste draus zu machen und ja ein bisschen was gibt es natürlich an zu sagen und zwar werde ich jetzt in den fällen sicherlich noch das ein oder anderem stream viel csgo wird gespielt falls ihr da bock habt mitzukommen wir haben einen kleinen possum und ja falls jemand von euch bock hat damit zu machen beziehungsweise ob der gut ist ist auch wieder ein anderes thema dann könnt ihr gerne mal mitmachen beziehungsweise einfach heute und stocken und falls ihr irgendwelche csgo skins spenden irgendwas habt könnt ihr das gerne machen ich werde den link sicherlich in die video beschreibung packen meinen trade link da könnt ihr mir dann einfach anfragen senden beziehungsweise wenn ihr generell mit mir traden wollt ich habe so sachen wie mva für desert strike und alles aber da will ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen weil für die leute die kein csgo haben ist das natürlich langweilig ich glaube die verstehen auch nicht dass da leute korrekt jetzt spielt jemand dragon age die verstehen sicher nicht dass da leute wirklich 300 400 euro für so ein skin ausgeben muss man irgendwie man erfahrung gesammelt haben dann versteht man das auch irgendwo wer mit gravel feuerzeug habe ich bogen wäre geil aber keine pfeile ist das problem ich will mich jetzt hier nicht durch den gravel graben komm bitte lass das glück doch mal bei mir sein ne ja dann wird es bald ein projekt geben wo ihr mitmachen könnt ein community projekt das organisiert schock ist ein kumpel von mir und prima das heißt wir dürfen den ganzen ganzen gang zurückladen ich sprinte jetzt hier lang weil ich habe sechs brot und gut ich sprinte doch nicht weiß genau nicht wo ich sage verliere ich schon eine ganze hungerkeule das kann nicht sein ja wie gesagt das wird so ein multiplayer projekt sein auf der 1.8 wo quasi ein paar leute aus meiner community aus seiner community mitspielen können das heißt falls jemand interesse hat schreibt das bitte in die kommentare dass ich euch gegebenenfalls dann adden kann und ihr werdet dann auf die whitelist hinzugefügt damit ich damit 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 da nicht jeder bauer darum trampeln kann auf dem server und ja ich hoffe dass wir viel spaß haben also jetzt verliere ich aber hunger essen oh shit mark gammelt in der usa rum ich mache meine kopfhörer schnell lautet das falls ich irgendwelche steps höre ich habe richtig angst es scheint noch nacht zu sein so ich baue kurz zu wie lange nehme ich schon auf sieben minuten gut das geht jetzt heute wieder leise weil das geht mir gerade extrem auf die nerven dieses rumgekrabbel was mache ich jetzt schon mal eine neue spitzhacker drei eisen das brot mit komm ich mache mal gleich zwei eisen spitzhacken ach ich bin so ein idiot ne ich bin ja richtig aufgeregt falls ihr es merkt so ich glaube ich mache jetzt was wo mich mark für hassen wird aber ich werde mir jetzt ein diapros panzer machen denn falls es jetzt zum kampf kommt die wissen unsere koordinaten bin ich fett gearscht muss ich einfach mal so sagen darum es könnte jetzt die dümmste entscheidung im ganzen projekt gewesen sein aber wir haben beide ein dia schwert das heißt waffentechnisch sind wir ausgerüstet und jetzt geht es halt nur noch um die rüstung und da bin ich jetzt quasi dann doch irgendwo im vorteil ich weiß nicht wie die ausgerüstet sind das mein problem ich sprinte jetzt erstmal hier runter die dürfen oben ja nicht an die kiste ran so und jetzt wird hier unten lang gelaufen ah sneaken bringt nichts ich kann mal kurz gucken keinen namen sehe ich nicht fand ich übrigens cool im projekt habe ich mitgekriegt dass zwei leute gesagt haben komm wir wollen jetzt einen kampf dann haben die sich in der folge am spawn getroffen haben gekämpft und der eine halt na gut verloren fair aber und muss ich sagen respekt hätte ich niemals gemacht wenn ich ehrlich bin weil es mir einfach viel zu schade ist dann wirklich freiwillig quasi aufzugeben weil einer von den beiden würde immer verlieren ist ja klar komm jetzt muss ich doch hier jemanden finden so ich nehme jetzt meine steinspitzhacke noch ein bisschen ja wie gesagt ich werde jetzt gleich noch five nights fridays aufnehmen weil das spiel wieder funktioniert das problem ist ich bin wieder bei nacht zwei das spiel hat sich komplett zurückgesetzt was ich ziemlich schade finde und muss jetzt quasi von vorne anfangen und nacht eins wollte ich jetzt nicht noch mal aufnehmen weil wie gesagt es passiert in nacht eins nicht könnt ihr natürlich gerne mal vorbeischauen würde mich natürlich freuen und ja wie gesagt neues projekt am besten ihr folgt mir auf twitter falls jemand einen twitter account hat äh einfach surpiadenta da seid ihr mal auf dem neuesten stand da werde ich das nachher auch nochmal twittern das projekt bald kommt es ist quasi in den startlöcher stoppt so noch fünf minuten gut ich gehe dann wieder hoch man das ist richtig unproduktiv gewesen weil wir haben nichts gefunden das ist so schade so so der trick over 9000 ja vielleicht auch gleich wieder was runter ach man bist so ich glaube dahinter war er da hab ich gesehen ja ich hab da ne schaufel oder ja hab ich erde in dieser tiefe so groß krass nicht so häufig ja und ich hab heute noch ne anfrage gekriegt beziehungsweise jetzt letzte nacht ähm ob ich mit jemand aufnehmen möchte äh klar auf jeden fall also ich nehme eigentlich so ziemlich mit jemandem auf der das will äh als einziges kriterium ist halt einfach nur dass wir eine gute mikrofonqualität haben und ja nicht so die kiddie stimme und oh endlich eisen es ist das erste erz was wir in der folge finden das kann doch nicht sein leute der erzgott der verlässt uns irgendwie äh wie gesagt dann kommt einfach mal auf mein tss lpaldente.de ist die neue ip muss ich noch in der video beschreibung ändern fuck das war's leute oh scheiße alter ich konnte damit grad alter ich hab damit grad gar nicht gerechnet pfff fuck alter gut dann war's das mit kun scheiße ey ich hab's gehört ich hab's gewusst alter ich hab's geahnt dass sie kommen ja dann naja gg ich hoffe ihr habt noch erfolg vielleicht gewinnt ihr sogar wäre natürlich cool war natürlich fair ihr habt jetzt top ausrüstung diamantbrustplatte gut alter scheiße ey das muss nicht sein ja gut ich hoffe euch hat die folge gefallen auch wenn es jetzt die letzte vom kuhn war ich hätte gedacht es kommen mehr folgen weißt du da fehlt mehr eisen und dann klatschen wir äh werden wir geklatscht ey ach verdammt vielleicht ist er jetzt noch verbrannt aber ich glaube nicht dran ey so schnell konnte ich gar nicht reagieren ey ich hoffe euch hat die folge gefallen ja lasst auf jeden fall eine bewertung da guckt bei den anderen vorbei und ja da habe ich euch angesehen im nächsten video und bis zum nächsten mal tschüss jd Untertitelung des ZDF, 2020